Respekt ist für mich eine Grundhaltung. You don't just step over the lines which are meaningful for the other people. Not imposing your ideas onto other people. You know, valuing their opinion, making them feel they belong. Also, dass Personen nicht ausgeschlossen werden, sondern dass man versucht, möglichst als Team zu funktionieren. It's this concept of seeing the light in others and that reflects also the light in yourself. Dass man wie so ein Klima erstellt, dass alle sich wohl fühlen. Wir wollen alle ernst genommen werden und akzeptiert für das, wer wir sind und wie wir sind. Especially in a research lab, you need to create an environment where people feel safe to propose and test, you know, sometimes crazy ideas. If you have a high level of trust and openness in your team, I believe you can talk about anything. Das Wichtigste ist, dass Leute sich so ausdrücken können, wie sie sind. If you as a professor always make sure that the choices that are made within the lab are of the best interest of each of the members, they will kind of spread the knowledge that was created here at ETH in a more positive way. Wenn man im Labor arbeitet und Personen nicht so wahrnimmt wie als kompetente Menschen und das zu spüren lässt, das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe schon ein paar Leute gehört, die Sachen beobachtet haben, die nicht stimmen, aber sie dann einfach nur unter den Kollegen diskutiert haben und das hilft auch nicht viel. So for example, if I am the one who has been disrespected, what makes it harder is not just the disrespect from the one who made it, but the silence of the many that do not say anything. Man will ja versuchen, eine Situation, die nicht optimal ist, so zu verändern, dass es für alle Seiten optimal ist. Und das geht eigentlich nur, wenn man Verantwortung übernimmt auf beiden Seiten und auch offen ist und miteinander Sachen ansprechen kann. Wenn man sagen kann, was man denkt, was man denkt, was man denkt und nicht Angst, was man zu verändern, oder haben die Veränderungen, die nicht zu verändern, was man zu verändern, dann denke ich, dass dieses typen von Open-Nesse hilft. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man immer die Emotionen von anderen fühlt sich, dass man manchmal einfach nur hat oder hat man Probleme. Ich denke, dass man nicht immer den besten Tag hat, dass man ein biologischer Mensch ist. Empathisch miteinander umzugehen und zu überlegen, was mein eigenes Tun bei der anderen Person bewirken kann, das ist ganz wichtig. Für mich ist es wichtig, jedem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und dies soll aber auch jederzeit gegenseitig sein. Spannungsvolle